Wage es ja nicht, dieses Buch hier zu berühren. Das Buch zog mich an wie ein Magnet. Die unendliche Geschichte. Ich möchte zu gern wissen, was in einem Buch los ist, solange es geschlossen ist. Wenn ich es lese, ist da plötzlich eine ganze Geschichte. Fremde Menschen, komische Wesen. Abenteuer, Kämpfe, Wirbelstürme, ganze Länder. Man muss es lesen, damit man es erlebt. Aber drin ist es schon vorher. Ich würde dir so gerne helfen, Atreyu. Wenn ich nur wüsste, wie ich zu euch kommen kann. Wenn es irgendeinen Weg gibt, dann sag ihn mir bitte. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, dann will er 20 Jahre her. Und in diese Geschichte istаете, da über die Neugierungen Naturspeski. War W Wirtschaft und Minum Alsbrasser. Darfl sof sie hier.